... wird immer wieder nach der Ansteckungsgefahr im Schwimmbad gefragt. In Luft und Wasser können Aids-Viren nicht überleben. Außerdem ist das Wasser geklort und tötet vorhandene Aids-Erreger ab. Auch durch Schweiß kann das Aids-Virus nicht übertragen werden. Eine Ansteckung ist nur durch Blut, Samen oder Scheidenflüssigkeit möglich. Aids ist eine tödliche Gefahr. Die Risiken liegen aber nicht hier. Wenn Sie wissen wollen, was gefährlich ist und wie Sie sich schützen können, die persönliche Telefonberatung informiert Sie sachlich und anonym in allen Fragen. Gib Aids keine Chance. Wenn Sie Fragen zu Aids haben, rufen Sie an. Persönliche Telefonberatung Köln 89 20 31 Kälter Oman … sodass Sie aufwärts greifen können, Sein sensing Aids-02 … eineee. Vielen Dank.